Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Kenhub. Mein Name ist Kuko und im heutigen Tutorial geht es um das Rektum und den Analkanal. Wir starten direkt mit diesem Sagittalschnitt und richten unseren Fokus auf das Rektum und den darunterliegenden Analkanal. Wie du siehst, bilden Rektum und Analkanal den letzten Teil des Verdauungstraktes. Beide spielen eine wichtige Rolle bei der Defekation. In diesem Tutorial erfährst du alles zur Funktion, Struktur und Lokalisation dieser beiden Strukturen. Wir schauen uns auch die Blutversorgung, die Inervation und einige klinische Bilder an. Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf assoziierte Strukturen. Damit sind Gefäße, Muskeln oder Organe gemeint, die mit Rektum und Analkanal in Verbindung stehen. Wir starten mit dem Rektum. Das Rektum ist der letzte Teil des Dickdarms und die letzte Station des Stuhls, bevor er bei der Defekation ausgeschieden wird. Summen wir mal etwas näher heran. Das Rektum beginnt am Ende des Kolonsigmoideum, am sogenannten rektosigmoidalen Übergang, und endet am anorektalen Übergang. Der Ursprung liegt ungefähr auf der Höhe S2 bis S3. Es ist ca. 12 bis 16 cm lang und hat einen Durchmesser von ungefähr 4 cm, der nach Distal hin zunimmt. Ähnlich wie das Kolon ist auch das Rektum für die Absorption zuständig. Das heißt, während der Stuhl das Rektum passiert, werden Elektrolyte wie z.B. Natrium, Kalium und Chlorid vom Körper aufgenommen. Neben den Elektrolyten wird auch Wasser absorbiert. Dadurch wird der Stuhl eingedickt. Sprechen wir als nächstes über den Aufbau des Rektums und über die sogenannten Flexuren, die als Biegungen oder Kurven erscheinen. Es gibt sagittal- und transversalverlaufende Flexuren. Hier siehst du die beiden sagittalverlaufenden Flexuren. Die Flexura sacralis bzw. dorsale Biegung wird durch die konkawe Form des Sacrums gebildet. Die Flexura perinealis, die auch ventrale Biegung genannt wird, entsteht, weil sich der Musculus levato ani um das Rektum herumschlingt. Der Musculus levato ani befindet sich am anorektalen Übergang, dort wo das Rektum in den Analkanal übergeht. Er wird vom Musculus puborektalis gebildet, verläuft vom Os pubis aus nach Dorsal und umschlingt das Rektum auf Höhe des anorektalen Übergangs. Dieses Video ist noch nicht zu Ende. Schau dir jetzt das vollständige Video auf canhub.com an. Für unsere Canhub Premium-Mitglieder stehen noch viele weitere Videotutorials, spannende Quizze, ausführliche Artikel und professionell erstellte Atlas-Illustrationen bereit. Also, klick auf den Button in der Mitte, um das Video in voller Länge zu sehen und meistere die menschliche Anatomie.